Entdecken Sie mit Höfmann-Reisen die Welt. Für Sie haben wir unser Reiseprogramm erweitert. Kommen Sie mit nach Japan. Wir freuen uns riesig, Ihnen unsere neue Höfmann-Japan-Reise vorzustellen. Der Inselstaat begeistert uns total. Respektvoll und wertschätzend sind die Menschen hier. Umgeben von Hightech und Präzision. In einer Welt voller Tradition und Jahrtausende alter Kultur. Lassen Sie uns zusammen Japan entdecken. Im Frühjahr 2025 geht's los. Bald buchbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war die Welt.